Die sagen alle, das Mikrofon ist zu laut. Ja, ich muss mal gucken. Ja, ich lasse das jetzt erst mal so. Ist schon immer da? Ja, ja. Die sagen, das Mikrofon ist zu laut. Ich weiß aber nicht, ich kann das auch nicht groß weiter einstellen. Hast du gerade meinen Sieg gesehen? Hey, die Kaste darfst du nicht drücken. Guck dich heute Abend noch mal, Mann. Weil auf der Dreamhack war das einwandfrei. Ich habe es angemacht und war gut. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch groß einstellen soll. Ja, drei vier, drei vier, drei vier. Ja, ich werde mir das denn noch mal anhören. Ich weiß nicht, welcher Player ich bin. Tog, 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 tog. Zieh. Zieh. Dau. Ich glaube, du wirst schwer. Ach du, wirst du Vorhungser. In die Luft. Was machst denn du? Oh, du Schwein. hat sich eingesagt los ich habe gewonnen Dana, komm deine Chance ich weiß nicht, welche Tast ich guck so ich hab X geschehen ich guck so ok darfst du schon auf ein Pferdis gehen äh tika ich weiß auch echt nicht mehr wo das dran liegen soll es kann sein, dass es in dem Empfänger da noch eine Einstellung gibt aber da guck ich dann heute Abend nochmal nach dumm in your face servus ja ne ja und von dem VR-Brillen-Dings wo wir gestern Rennen gefahren sind habe ich mir erst mal noch gestern noch 20 Beutel genommen die habe ich schön für meinen Stream zur Verlosung heute ist die Kiste leer ich bin heute um Viertel nach 10 war ich hier in einer halben Stunde war das Ding so voll da haben bestimmt 40 Leute gestanden man außerhalb von diesen Geschlängeln, wo du da stehst ey da war gestern aber gestern das war gut dass wir da drinnen waren da kann man echt alles machen und heute kannst du vergessen tauchte nicht aber hier gibt es generell nicht so viel Gratz bei der Gamescom war das besser ja da geht der alte Mann nicht mehr hin da ist nicht mehr meine Welt man das ist mir zu viel zu voll zu voll kannst du vergessen ich war ja letztes Jahr dort und da war ja Monte es wird ja lang gelaufen und dann sind ja alle Menschenmengen zu ihm und das war so krass ja aber hier ist ja ein Spannverrösch hier ist doch überschaulich aber zu wenig irgendwie irgendwie weiß ich nicht hier hast du keine ich war jetzt als letztes war ich auf Badu-Imag in Hannover da hast du mitten in der Halle ein riesengroßes Viereck wo du dich hinschillen konntest auch mal so sitzen hier kannst du dich nirgendwo richtig hinsetzen nur in den Futterdingern an so einem Tisch aber da waren so wie die Dinger so hat ein riesengroßes Ding wo du dich hinknallen konntest und Monster umsonst Monster umsonst bist du einfach immer nur hingegangen kann ich Monster haben ja welches willst du denn hast du da sieben acht Kühlschränke gehabt alle Farben umsonst du bist grad live ja immer live immer 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 Actionclaps immer äh Actionclaps ja Max der große Max ja da war ich auch naja da bin ich auch da bin ich auch ja eigentlich alles querbeet bis auf sowas wie LOL da kriegt mich keiner hin das ist nicht meine Welt das ist ja halt auch das hat ja noch Laufen mit Klicken das mag ich nicht mag ich nicht sind mir schon zu viele Mäuse kaputt gegangen echt Klickspiele mag ich nicht ja momentan mein Hauptspiel ist halt ESO und ansonsten ja querbeet hier Bauernhof Battlefield ja alles so das soll ja ganz okay sein da sagen das sind so die Welten wo sie sich trennen weißt die einen sagen ist voll cool die anderen meinen ja das ist nur noch ein schnelles Rumgerenne und Geballere aber Mann mit dem fahren wir nach Hause oder was dann zum Schluss ja haben wir schon gemietet das ist gut sind sie die Verliebten ja schrecklich ne Mietwagen ja ja Mann ja ja Ja, da bin ich raus. Ist eher so der Kameramann. Gestern, gestern habe ich das gemacht. Hat doch schon Schnappatmung gekriegt. Ich werde vieles in Schulen spielen. Aber auch immer am Ende, wenn dann so eine Rakete oder so ein Meter kommt. Fortnite. Der alte Mann spielt jetzt Fortnite, weil er den Creator Code hat. Creator Code. Wenn ich mal anmelde. Creator Code. Ja, das bringt ja im Endeffekt nicht viel was. Aber dir was? Das bringt ja nur mir was. Es sei denn, wenn ich diese lange Linie, die ist so lang ungefähr, dann bin ich bei 100%. Und wenn ich die drüber habe, dann bringt es auch mir richtig was. Ja. Aber die ganze Hauptschule infiltriert und reicht immer noch nicht. Man sind erst 5% und noch 95% vor mir. Ja. Hast du da noch was vor? Na, man hat ihn halt. Im Endeffekt ist er nur gut, dass du die Mappen und alles so selber machen kannst. Ja. Da kannst du ja seine eigene Mappen machen. Ja. Da kannst du ja seine eigene Mappen machen. Ich weiß gar nicht, was ich morgen hier noch machen soll, Mann. Ja. Da. Nochmal rumlaufen. Immer im Kreis. Immer im Kreis. Ja. Och. Halb 11 bin ich, glaube ich, hier. Ich glaube, der ist... Ja, da hinten sind... Und auf alle Fälle welche. In der Ecke. Dann bin ich heute Morgen durch die Lahn-Area geschlichen. Mal so ein bisschen filmen. Ja. Erinnert man sich an frühere Zeiten. War ganz cool. Bei uns haben sie alle in Feldbetten da gehockt. Jetzt haben sie alle die aufblasbaren Matten. Boah. Warst du schon mal in der Lahn? Hier? Hast du schon mal in der Lahn gelangt? Ja, hier noch nicht. Hier nicht. Nur mal so, bis zu bist oder so. Ja, früher habe ich das jedes zweite Wochenende gemacht, Mann. Großes Ding. Immer 600er Halle. Immer richtig fett Leute. Ach so, okay. War richtig cool. War beste Möglichkeit, um Spiele zu tauschen, Mann. Spiele. Alles. Ja. Ja. Internes Netzwerk. Und dann immer nur... saugt. Alle Retro-Spiele durchspielen, wie die Spiele zocken, haben wir noch nicht gemacht. Ja. Aufblasbar. Also... Ja, wir waren... Was haben wir gespielt? Wir haben das Spiel gespielt. Ja, das haben wir gespielt. Wir haben das Spiel gespielt. In der Indie-Area. Farming Simulator auch. Beatslayer. Beatslayer. Haben wir gespielt. Beatslayer. Beatslayer. Farming Simulator. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hier läuft's doch. Hier läuft's doch. Und wer fährt? Ja, wie sie fahren, fahren sie nicht. Ja, hier sind schon mal aus, ne? Sind schon mal aus, die Maus. Wann läuft's? Die zwei Karren sind schon mal aus. Im Moment ist da nichts los. Außerdem ist sie jetzt weggedackelt. Ich seh's schon. Da bringt der mir nichts. Jetzt gehen sie erst los. Neunzehn sind wir natürlich. Jetzt sind wir natürlich bei diesem wunderbaren Problem. Bis jetzt fährt da noch nichts. Ah, die kriegen ja, die machen sich erst startklar. Ja, der ist noch nicht am Start. Dem ist noch nicht am Start. Bis die losfahren, äh, da ist alles vorbei. Kein Bock, Mann. Tauchte nix, Mann. Das tauchte nix. Die blöde Tunte. Im Süßigkeitenstand ist er. Ja, ja, im Süßigkeitenstand. Das ist die Einzelne, die da rumschnurrt. Naja, ja, ja, die ist Bullshit. Ja, 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 Mann, Alter. Ich will die nicht. Hier, das ist Ork von Ork. Da wird ein Schuh draus. Passt schon. Die sind gut, Mann. Dem Ork von Ork. Ja, ich will was trinken, Mann. Was? Ja, hat der Supermann nicht gemacht. Ich hab ihm gesagt. Ja, sag mal. Das ist so, das ist so genial, was die... Keine Ahnung. Müssen wir die Mots wieder entlassen, wenn sie denn nicht ihrer Arbeit nachkommen, Mann. Mir ist schon schwimmend genug, dass ich den Knüppel halten muss. Ich mein, der ist echt leicht, Mann. Der ist echt nicht schwer, im Gegensatz zu den anderen. Guck, ist echt nicht schwer. Das ist meine Assistenten. So, Maxi, das Thema. Oh, wir wissen heute da. Ausglasbare Mann, der Antrieb, der Kippel. Okay, du bist heute Pressevertreter? Ja. Für die gute Miele, da steht sie, das neue Waschmodell. Der erste Eindruck von der Kanzel? Zu klein. Okay. Keine Chill-Area. Ja. Ganz schlimm. Ja, hier ist sehr viel Platz, wo man eigentlich schon diese Chill-Out... Ja, fehl. Du musst doch noch fragen, Maxi, ist es Absicht, dass du grün hast? Genau die Farbe von Kaktus? Ja. Das ist toll. Da sehe ich doch einen Zusammenhang. Da ist kein Zusammenhang im Kleider. Okay. Nein. Ganz unabsichtlich, weil meine Farbe ist grün. Was ist dein Highlight hier auf der Kaktus? Habe ich noch nicht entdeckt, was dein Highlight sein kann. Was ist kein Highlight? Nein, kein Highlight. Kein Highlight. Die Frauen, oder? Frauen? Die Frauen? Die sind ja Kindermann, können ja alle meine Töchter sein. Geil, na? Ich bin ja hier schon Opa. Du hast ja schon ziemlich viel gegeben und dann habe ich das Ding schon wieder... Naja, wenn du sagst, da kommst du ja eher mit 51, dann sagen sie alle, du gehörst dir gar nicht mehr hin. Die Zahl muss man rausgeben. 51 ist da. Also noch keine Highlights? Ne, große Highlights sind da nichts. Ich wurde angerufen, ich soll in die Retro-Ecke kommen. Das habe ich aber jetzt leider zu spät entdeckt. Oh, warum? Da kam der Anruf, ne? Ich soll in die Retro-Ecke kommen. Was gab es für Retro-Ecke? Schöne Spiele habe ich mir sagen lassen. Aber dann hat sie aufgelegt und ich habe zu spät mein Anruf verantwortet. Das war leider zu spät. Ich liebe den Enkel, ich liebe den Enkel vor Ort. Ja, das war echt leider... Ja, musst du vielleicht jetzt nochmal gehen. Naja, ich gehe Anruf verantwortet. Retro-Ecke ist Retro-Ecke und in die Enke kommen viele Spiele zu spät. Ah, die habe ich ja früher schon gespielt, Mann. Ja, klar. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, es ist ein Holländer. Der sitzt in einer Stream-Area. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Mit dem grauen Bart. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Mann. Aber sonst habe ich keinen gesehen, den ich kenne. Was hast du einen gesehen mit diesem Haar? Äh, kurze grüne Haare. Ja. Und wie hast du rausgefunden, warum die da so rumstanden? Wer wo runter stand, rumsteht? Da war doch vorne so eine lange Schlange an der Bühne, wo jemand berühmt gestanden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wem. Was würdest du dir wünschen für zukünftige Kaktusveranstaltungen? Immer eine fette Chill-Area muss da sein. Damit die alten Männer sich auch mal setzen können. Damit sie nicht mehr können nach eineinhalb Tagen. Echt. Ja, das fehlt hier. Komplett. Das muss ich auf den Boden setzen oder das ist ein eigenes Spiel. Wobei hier beim Parling-Simulator kannst du dich ja nur hinsetzen. Ja, du kannst dich da hinsetzen, dann bist du aber auch nur da. Ja. In der Dreamhack, da war es in der Mitte, ein riesengroßes Viereck mit kleinen Tischen, so aus Paletten. Da haben sie immer Monster hingestellt, weil Monster war Sponsor. Einwandfrei. In jeder zweiten war sogar so ein Akkublock, dass du dein Ding laden konntest. Optimal. Aber hier. Ne? Ja. So ist das. Kann man mal hin. Ja, schön. Ne? Und dann überreicht ich erstmal wieder nach. Ich stehe hier hinter den Streamhackern. Geht schon. Und, hast du gefunden? Hast du gefunden? Ne? Machen wir Maxe-LP. Wenn findest du. Ist ein grüner Skorpion auf Twitch. So wird ein Schuh draus. Und der Fortnite-Creator-Code ist auch Maxe-LP, aber ohne Unterstrich. Und jetzt musst du gleich rausfinden, wie viel Taschengeld kriegt er im Monat. Ne? 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 Ja, so muss das gehen. Na ja, hau deins auch gleich raus. Mit Doppel-X, ja. Ja. Ja, also da. Da könnte da jemanden grüßen. Ja. Ja, nur her damit. Ja, also. Ja, warte mal. Warte mal. Hier, warte. Ja, also ich grüße mich aus der Verbotenmacht, das ist ein Freund von uns. Ja, na ja, geht schon. Das läuft! Ja, 5.900 habe ich. Läuft schon. Aber irgendwo bin ich ein bisschen froh, dass ich hier nicht genommen hätte. Da würde ich da jede, ich habe vorhin mal gefragt, die müssen da zweieinhalb Stunden setzen pro Session. Und da es nur vier Plätze sind, jede vierte Session sitzt sie da. Zweieinhalb Stunden. Hinter den Monitoren abgeschottet. Ja, hätte ich gemacht, aber wenn sie mich nicht genommen haben, haben sie Pech gehabt. Oh, das ist wohl wahr. Ach, Junge, Junge, Junge. Das ist wieder die Broller, ne? Ein Stream Deck reicht nicht. Oh Mann, aber die haben, die haben alle jetzt, viele haben diese so neuen Tastaturen, Mann. Ich bin da echt am überlegen, aber das sind, glaube ich, keine. Aber Mann, Alter, die sind schon teuer. Ja, das sind die Broller. Ein, zwei, zwei große, zwei kleine Hilfe. Ich bin froh, dass ich ein großes habe. Was ist das Ding? Kannst ruhig durchlaufen. Das geht schon, Mann. Das geht schon. Sehr wohl. Ja, schade. Was soll man sagen? Ich habe hier einfach kommuniziert. Ja. Kann uns einmal die Zeit kommen werden. Wir werden uns sehen. Ja, und jetzt hier geht es dann natürlich auch noch in die Abitur. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall die Ambition dafür. Und das geht es dann definitiv auch. Echt schlimm, Mann. Echt schlimm. So, müssen wir mal die Lasertacker hier machen. Welche Waffe hast du genommen? Ich hatte die drei. Aber das ist nicht so schön. Wenn du das, wenn du das spielst mit Weste. Hier haben sie nur an der Stirn diese zwei, hast du zwei Sensoren. Ja, das heißt, du musst halt Headshot sprechen. Aber genau dann den Sensoren. Ja, und dann hast du da, an der Seite hast du halt, ich glaube, den mittleren Knopf, da lädst du nach. Aber Weste, wenn du das mit einer Weste spielst, ist das viel schöner. Ja, Weste macht richtig Spaß. Aber, wenn schon, dann schon auch in den dunklen Raum. Sodass du noch einen kleinen Überraschungseffekt hast. Oder am besten dann noch mit Nebel. Was? Ja. Welche ich kenne gut. Lasertacker ist am Elbe-Park. Ich komme aus Dresden. Oh. Und da kannst du in den Ecken, kannst du da immer so Power-Ups dir besorgen. Da hast du dann deine, ähm, kannst du deine Waffe. Dann bringt das auch was. Hauptsache es ist kostenlos. Ja, das ist wichtig. Ja. Wichtig. 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 War. Wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, nur Camper, nur Camper. Wie ist denn das mit dem Ton jetzt? Ist das besser oder kratzt das noch immer? Ja, nur Camper. Ja, das hat halt was mit dem Ton. Wenn ich irgendwo hingehe, wo es zu laut ist, dann kratzt das irgendwie. Keine Ahnung. Ich werde das nochmal nachgucken. Ich kann am Empfänger das Ding, glaube ich, von den Tönen noch einstellen. Irgendwas habe ich da wahrscheinlich verdrückt. Ich werde das heute Abend in meinem Hotel nochmal abchecken. Weil da gibt es auch nochmal, mache ich noch eine kleine Roomtour von meinem Hotelzimmer. Ja. 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 Mein Gimbel ist auch schon auf gelb. Das kann es nicht geben. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden werde ich im Sittich machen. Morgen habe ich auch noch einen ganzen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann habe ich schon mit einem Supermann gesprochen. Oktober bin ich in Hamburg. Oh, wie heißt denn das jetzt? In Hamburg ist auch eine Veranstaltung, aber erst im Oktober, da bin ich auch. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich machen, da bin ich im Sittich, 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 da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich, 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 da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich, da bin ich im Sittich, da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich, da bin ich im Sittich. Und dann ist es auch schon wieder drei Stunden, da bin ich im Sittich. Ah, come on there. Wenn ich, ähm, wenn wir den nächsten durch sind, dann. Zwei Teams, Zwei Teams, Zwei Teams, Zwei Teams, Dana und Karan, Boah. Aber da drüben trifft auch niemand. Ach. Ach. Kann man mal hallo sagen? Hast du denn ein Laserbeck bekommen? Das ist ja geil. War geil, ja. Aber richtig geil oder? Zuschauer, Zuschauer. Entweder haben wir welche oder wir haben keine. Geh nicht irgendwo hin und schnapp mir da Zuschauer weg. Die krieg ich schon irgendwann. Und wenn nicht, dann nicht. Ich versuche immer. Ich versuche immer. Vielen Dank. Vielen Dank. Was war es denn für heute? Drei Uhr reichte mir. Ich werde dann noch eine rauchen, aber noch was trinken und dann mal schauen. So langsam reichte mir das denn für heute? Vielen Dank. So langsam reichte mir das denn für heute? So langsam reichte mir das denn für heute? So langsam reichte mir das denn für heute? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist eigentlich nur ein paar Jahre zu sehen. Ja, der ist so. Ja, der ist so. Ja, der ist so. Das geht nicht mehr. Ja, der ist so. Ja, der ist so. So, dann Team Danato und Pana gegen Halbo und Action. Ich will nach Hause. Und du bist nach Hause? Ich will nach Hause. Wer ist denn noch so da? Ich bleibe jetzt noch. Ja, meistens zwei Leute. Da warst du mal hier bei denen, die auch sonst liegen. Da musst du mal so ein bisschen ins Leben reinschreiben. Hallo? Heute nicht mehr. Okay? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wormvoll. Junge. Da mach ich's mir chillig in mein Hotelzimmer. Mit meiner Switch. Das ist auch gut, ja. Ja, daddeln ein bisschen. Chillen. Tanzverbot ist auf der Messe. Ja, war gestern auch schon. Mit seiner Freundin. Ja, bestimmt. Hast du dich mit denen mal unterhalten? Dann musst du mit denen mal unterhalten. Dann musst du mit denen mal unterhalten. Dann musst du mit denen mal unterhalten. Ey, Tanzverbot. Wo hast du denn die Schnitte abgegriffen, alter? Ja, so muss ich mit denen unterhalten. Ja. Dann bist du so hoch. Ja. Dann bist du... Dann werde ich Twitch-Opa mit goldenen Sternchen. Ja. Ich hab mir jetzt schon gereicht, wie er gesund eingekauft hat beim Kaufland. Okay. Kinder Maxi King, Kekse, Schilf. Naja, da wo die Horde ist. Immer da wo die Horde ist. Ja, ich brauch halt noch ne coole Powerbank, Mann. Weil jetzt ist er gelb geworden, der Gimbal. Null bauen gleich. Null bauen. Bloß nicht mit bauen, da bin ich raus. Sind sie doch alle heutzutage. Spielt noch jemand mit Bound? Hier, gestern, musste ich mit denen eine Runde mit Bound spielen. Ob ich gar keinen Bock gehabt sehe. Da wollen irgendwelche Leute um mich drüber herum alles zubauen auf Zubappen. Kannst du noch jeder gegen jeden? Ja, kannst du noch jeder gegen jeden? Ja, kannst du noch jeder gegen jeden? Hey, hey, hey. Ha, 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 ha ... Wird avete nicht glücklich gewesen sein. Ja, genau! Kannst du noch mal aufsziehen müssen? Ach, ja, mei ... Jungen, Alter. Ich bin müde! Kaffee! Machst du, hol mal Kaffee! Ich muss die ganze Zeit auf Lampen bleiben. kaffee! Ich bin müde! Och, jagene like! Ich muss die ganze Zeit hier hinten verurten. Ich muss die ganze Zeit hier hin... Ja, ich muss... Hallo! Wann... Wann... Es geht nicht. Ich war so einfach... Ich bin müde! Nein... Nein... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, da ist er. Das ist das Riesenmonster-Gefächt. Ah, da ist er. 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 Ja, gut. Ja, meine Freunde, dann sag ich erstmal äh, bis später Peter äh, weil, Handy, Akku alle. Ich werd dann später nochmal im Hotel äh, nochmal in Stream anschmeißen, aber jetzt mach ich erstmal aus, weil dem Akku alle ist, ja. Danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis zum später Peter Peter. Vielen Dank.